Yo Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Projekt. Yo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier bei uns. Ja, wie ihr seht, wir sind in... Was ist denn das? Arma 3? Jawohl. So, wir begrüßen euch zu Australia Live. Ein Projekt von netten Leuten. Ja, der Server ist heute am... Was haben wir heute? Den 20. Januar ist er online gegangen. Alles, was mit dem Server zu tun hat, Webseite, Forum, IP, TSIP, alles unten in der Infobox, falls ihr interessiert seid. Das Projekt läuft jetzt anscheinend schon seit ein paar Monaten, ist geplant. Ja, ist jetzt heute online gekommen, ist ein riesen Mod. Ja, 13 Gigabyte müsst ihr dafür downloaden an Plugins und Addons und alles mögliche. Darunter auch hier dieses Task Radio System, was wir gleich erfahren werden. Ich klicke hier auf jeden Fall mal akzeptieren. Die letzte Position. Mit dabei sind Nino, Schnitzel und Sven. Die werdet ihr dann gleich noch hören, ja. Das ist aber ein bisschen arg laut. Audio. Oh je, oh je. Das ist immer noch so laut. Oh, das ist laut. Hä? Okay, okay. Okay, okay, so. Also. Ich entmüde mich mal auf dem TS. Das ist das, das wurde vom System blockiert. Noooon. Äh, sie muss kurz raus. Ja, guten Tag, hallo. Ach, jetzt auch. Das geht doch. Ja, tut mir leid, ich musste gerade noch was unternehmen. Sehr gut, dann möchte ich sie nicht weiterhin belassen. Jawohl, ja. Ich bin auf der Suche nach meinen Freunden. Wenn sie mal zum Marktplatz, aber immer schön vorsichtig achten, so auf den Straßenverkehr hier und so. Reicht da den Weg lang da, zurück zum Marktplatz. Jawohl. Wenn ich nicht zu oft springen, da könnte ehrlich werden. Alles. Ach, Herr Schrott, da haben Sie ja Erfahrung. Also, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. So, eben auch. Tschüss. Upsa. Tschüss. 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 So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo denn hier Schnitzel, Nino und der andere sind. Jetzt muss ich mal kurz Nino anschreiben. Ah, doch, da hinten sind sie, glaube ich. Hallo? Jawohl, da habe ich sie doch. Juli? Könnt ihr mal ein herzliches Hallo sagen? Hallo. Hallo. Hui. Also, falls ihr, falls ihr, ich habe, lol, geil, wie macht man das? Mit Scroll-Menü. Was machen? Ausweis zeigen. Also. Hier ist mein Ausweis. Ich habe den besten Ausweis auf die ganze Welt. Alles klar, wir sollten nicht auf der Straße stehen. Danke. Alles klar, also wir haben hier das Z-Inventar. Ach du Scheiße. Ja, ich muss doch hier für die Zuschauer erstmal alles zeigen. Zuschauer, hallo Zuschauer. Also, Daten speichern, Taxi rufen, Telefon, Markt, Schlüsselbund. Ich ruf erstmal ein Taxi. Ah, wir haben keine Taxifahrer. Alles klar. Talentbaum? Ach du Scheiße. Ey, da hinten hört jemand. Da kommt noch jemand. Talentbaum? Was für Talentbaum? Ah, komm. Guck mal, geh mal in dein Z-Inventar. Hallo. Hallo. Ey, der hat mich angefühlt. Ey, da hinten steht. Alter, da hinten steht voll viele Leute, Mann. Ich glaube, das sind Coppolizisten. Weg, weg, weg. Alter, warte, ich bin schwarz. Du sollst weg, meine Jungen. Also, wir haben 25.000 Stadtgeld. Hat schon jemand geguckt, wie viel... Halt, wo läuft den hin? Moment, Juli. Wir haben noch nicht geguckt, weil wir können irgendwie nichts gucken, wenn wir kein Geldabkommen haben. Es ist wichtig, wenn du wegläufst, hole ich dich nur noch ganz leise, gell? Ja, wir müssen dann lauter, glaube ich, reden. Ja, wir wissen. Also, ich glaube, wenn man schreit, hört man einen ganz weit. Ja, ich habe nämlich gerade irgendjemanden von hinten beleidigt. Der hat plötzlich angefangen, umzudrehen. Wie kriege ich diesen Ausweißfenster weg? Das geht unnormatisch. Nino! 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 Hallo! Ey, das ist... Hallo! 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 Ich höre es immer rechts, links, rechts, links, rechts, links! Ah! Nein! Hört ihr mich? Ah! 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 Geh weg! Ah! Ah! Ich bin irgendwie in der... in dieser Lauf-Animation... in dieser G-Animation. Also, jetzt ist... jetzt ist die Frage, was... was machen wir? okay bist du der schwarze ich sehe eure namen gar nicht was würde ich jetzt mal so behaupten ja gut aber wer hat mir jetzt den ausweis gezeigt von euch also mir hat die bank aber irgendwie ist das nicht hier mit diesem dauerlaufen was ist denn okay ach halt die leute wollten mir doch noch zeigen wie das geht warte du musst noch irgendeine wir müssen noch irgendeine dings umstellen wartet mal ganz kurz nicht bewegen weil sie da gar kein blockieren oder so dass sie sich da einstellen können hallo brother from another mother ich will jetzt ein spiel wer ist einander verwandt wenn jemand dran ne 1 und 3 1 und 3 2 und 4 von der frisur würde ich sagen kommt der hier gar nicht in frage jener der zweite hier gibt es wirklich einen daumen nach oben hier gibt es wirklich einen daumen nach oben ich hab das so noch nie gesehen sieht echt klasse ausgefällt mir was musst du denn wirklich den daumen nach oben hier gehen und 5 oder kennt er den hier schon ja alles wunderbar ja der zoll hat ein bisschen schwierigkeiten gemacht ich weiß nicht ob seiner glatze oder hautfarbe lag ich habe kein problem ich will weiß es ihm nicht gut was ich bloß kurz fragen wollte wir hatten vorhin noch das gespräch wo ich ja mein spiel auf deutsch gestellt habe mit dieser speziellen einstellung was ihr habt jetzt habe ich es ja auf deutsch dann könnten wir es ja jetzt kurz nochmal machen ach so ja ja also jungs solltet ihr einen tipp benötigen ganz am anfang würde ich immer erst hier auf australien den führerschein machen warum damit ihr beweglich seid und auch mehr farmen könnt aha ok wir haben das hier auf australien ist es so dass wir diese kleinfahrzeuge die man in real life auch mit klasse 3 fahren kann das heißt der boxer und der wenn und den mercedes sprinter den kann man hier mit klasse 3 fahren also früher klasse 3 ich glaube heute klasse b und aber bekommt man nur bei dem lkw händler also so ungefähr in diese richtung hier runter halte ich das gewusst alles klar julian kommen wir bitte mit hier kariert man um den führerschein zu bestehen um sich die kleinen boxer zu kaufen und dann das geht relativ schnell eigentlich ok ok sie ist mit dem motorrad gehören wir hatten kein problem mit geld da beheben der motorrad ist auch nicht für wahrscheinlich warum was gibt es da mit den ähm ich fahre an einen stillen ort damit wir das in ruhe machen können ach so und die machen es mit den drei oder wie ja ja ok dann ist es gut dann ist hier eine pump basteln so motor aus ok du drückst nächst drückst du die taste escape ja deshalb ich bin schon in steuerung drin dann bist du in steuerung ok und denn jetzt hast du da die ähm im ersten reiter hast du die tastatur zu steht ne mhm ja und dann steht da unter aktion 1 verwenden blablabla ne Aktion 1 verwenden Aktion 7 verwenden Aktion 8 verwenden und so weiter ne mhm nein dann geh mal bitte dann hast du zeigen und dann hast du dazu das zeigen ne ja das ist ein drop down fall da gehst du auf individuelle steuerung hab ich nicht auch musst du haben ah doch da ganz da unten ach du heilige ok ah ok ja bei mir bei mir musste ich da noch scrollen in diesem teil ja das ok Aktion 10 verwenden genau und da nimmst du jetzt also wir haben alle die OEM 102 das ist die zwischen SCRG und Windows das und da drüber die mit den zwei Pfeile drauf mit dem Strich ok und die macht die macht sowas wie benutzen genau und dann machst du das ok ok und damit kann ich ATM benutzen und alles mögliche ja User left your channel ok aber jetzt fahr ich eigentlich zum ATM und dann kannst du gleich ausprobieren ok mikrofon muted also du kannst also Leute wenn ihr drauf zuhören wichtig diese Aktion machen sonst könnt ihr nichts verwenden mikrofon aktiviert ok 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 es ist alles zugeparkt hehehe ah ne eine ist noch frei äh ich hab schon lang kein Amor mehr gespielt wie lauf ich denn langsam wenn du W-Taste drückst und in dem Moment wo du W drückst auch mal einmal die S-Taste drücken S das ist wie sie kriegt alles klar aussteigen aussteigen bist du eingesperrt ah dankeschön also danke für alles ja klar kein Thema dazu bin ich Supporter ah benutzt ja ähm nur die A-Taste also S-T-A-G-Taste und äh Windows-Taste zusammen das müsst ihr mal dann probieren wenn ihr die in 102 ja anschaut ähm so also das 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 würde ich hiervon abraten ok so jetzt guck mich mal an guck mich an und jetzt drück mal bitte die Windows-Taste und ja drück mal die Windows-Taste ja im Laufbereich musst du mich anstieren Torso wessen hockst du dich dazu hin ähm hin hocken hin hocken ja äh äh ja schießt du mich an ja genau gerade und ähm was siehst du da Torso auf Schulter klopfen rechter Arm Interaktion Magazin geben ja ist irgendwas gelb bei mir äh nein bei mir jetzt auf den 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 tiefen ja wie Ich weiß, das klingt vielleicht jetzt komisch, aber was ist denn am Anfang die beste Methode zum Fahren? Was ist am Anfang die beste Methode zum Fahren? Am Anfang, du kannst am Anfang, du musst mal auf der Karte gucken, Äpfel sind auf jeden Fall Level 0, Kirschen sind dann Level 1 oder Bananen, da musst du gucken, da steht immer ein Level dazwischen daneben. Du kannst dein Level ja sehen und du hast die Futteranzeige rechts, ne? Ja, es gibt ja verschiedene, äh, hier unter... Drüber steht mir zwei, oder mehrere. Was steht denn auf der linken Seite von der Zahl? Null. Warum ist das ein Rechtslenker? Null. Australien halt, ne? Also, also ich hab 0 von 1500, also rechts und links davon steht ne 0. Gut, okay, dann bist du Level 0, hast 0 Skillpunkte, links ist das Level, also über dem ganzen Symbolzeug ist das Level, und rechts 0, du fragst deine Skillpunkte. Okay. Auf dem Level kriegst du einen Skillpunkt. Unter Z hast du einen, äh, Talentbaum. Das hab ich schon gesehen, das hab ich vorhin schon gezeigt. Da setzt du dann deine Skillpunkte ein. Aber, bedenke, was du, wie du sie einsetzt, wie du sie einsetzt. Du kannst sie nicht rückgängig machen. Oh, okay. Aber du musst also Leveln, um wieder einen Punkt zu kriegen. Aha. Also, kommst du nicht dran rum. Also, mein nächster Level ist Level 4, und mein nächster Level ist bei 151.000 Punkte. Ja, okay. Heißt, ich muss viel arbeiten. Aha. Okay. Du brauchst alles in der Zeit. Äh, noch was wichtiges. Ähm. Ja. Keyboard. Ja. Unten Bank ist klar. Hand ist, was auf der Tasche hast. Deine Akkubatterie. Sofern du ein Handy hast. Generell. Ja. Futteranzeige, Hunger ist klar. Futtern kannst du über Z nu. Dann gehst du auf Z. Du Alice. Und da siehst du dann, was du bei dir hast. Und das kannst du dann per Benutzen, Entfernen oder Geben. Wenn du Geben machst, achte darauf, dass du vorher einen Namen ausgewählt hast, der daneben steht. Das kenn ich schon von dem alten Namen. Genau. Das funktioniert ja auch nicht anders. Genau. Ist halt nur ein bisschen optischer eben auch so. Genau. Ähm. Ähm. Willst du noch irgendwas Wichtiges wissen, was für dich jetzt primär wichtig ist? Wie kann ich den Akku aufladen? Den Akku kannst du aufladen, indem du dir beim Markt ein Akkuladegerät kaufst und in dein Auto steigst und fährst, oder du kaufst dir eine Handybatterie beim Zubehör-Händler. Ist ja geil. Beziehungsweise beim Markt. Ist ja geil. Ähm. Richtig geil. Alles klar. Ne, sonst eigentlich nichts. Das wars. Wenn du dir ein Funkgerät kaufst. Ja. Die Frequenz für die Polizei ist 110. Mhm. Die Frequenz für die Feuerwehr, Medics. 112. Richtig. Der C hat glaube ich die 50. Ist du richtig Frank? Und das sind jetzt der ADAC Fahrer? Ich geh nicht. Du kannst... Oh, muss ich jetzt echt kicken? Ja, ich hab noch eine. Harry. Harry Schröder. Schrotter. Harry Schröder. Beim Kleidungszentrum. Der hat mir keine Ware. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Die anderen, weil sie noch Leveln sind die. Ich brauche dafür Leveln. Ach du. Ja, genau. Wieso hört der Level um so mehr sein? Die Frequenz hat der ADAC? Okay. Wie ich sag. Geh den mal mit uns. Es lohnt sich. Ähm, wir haben hier ein anderes Funkgerät. Level 3 kann man sogar anders. Also können wir sowieso nicht funken dann. Das ist mein Handy. Also in der ADAC haben wir ja 55. 55. Ach so, ja. Also die erreiche ich als zivilistisch. Neue Handy-Advors. Die ist auch anders. Leitstil. Ist ja mal sehr viel Spender. Ja, mit Leitstil. Und die hat die Nummer? Nein, die sind nicht tolle teuer. 1.10. 1.10. Ich hatte auch noch eine Frage. Ähm. Ach so, 1.10. Ja, klar. Ja, genau. Ja, wenn sie mir folgen wollen. Ja. Hast du gehört, ja? Ja, alles klar. Warte mal, wir fragen nochmal nach. Mit. Der Kollege geht mit meinen Brüdern weg. Nein! Die holen sich einen Funkgerät. Also wenn die auch eins wollen. Ach, dahinten rennen sie. Das ist ja nicht. Es rennet daher. Funkgerät. Oh. Wollte ich als Funkgerät. Der Kleider macht es wieder. Hallo? Okay. Habt ihr schon Geld abgefunden, Jungs? Nein. Hallo? Wie komm ich hier rein? Komm hier rein. Der Markt sieht aus wie meine Heimat. Bist du mich? Ja. Drüben. Nein. Vielen Dank. Ja, bitte. Gern. Nino? Nino? Äh, Nino? Hallo? Nino? Nino, äh, was muss ich da kaufen? Ah nix, raus, Geld holen. Oh. Warte, warte auf mich. Stopp. Alle? Work.